Also, es ist jetzt gerade richtig kalt. Wir haben unsere Efele wieder an. Das ist so eine Strahlen-Efele. Die Warmflasche haben wir schon daheim gefüllt mit Wasser, damit wir wissen, wie viel Wasser in eine Warmflasche geht. Jetzt stellt euch vor, jetzt hat Elke mir aus ihrem Rest von ihrer Warmflaschenwasser mir so ein Latte Macchiato gemacht. Aus dem Warmflaschenwasser. Ja, geht's noch?